Neuer Tag, neuer Booster-Folge 1242. Hallo und herzlich Willkommen! Und wir starten heute mit Tell-A-Fairy-Tale. Es sind hier schon wieder zwei. Dann haben wir Jewels und Dragon's Neck. Ja, Arminoha Bakiri. Kenne ich auch noch von früher. Ultra-Dragon Shooting Star. Lowread Seven Luminarius Astrologian. Eine Rare-Karte. War übrigens jetzt hier der Ultra-Dragon auch schon. Also eine Rare. Dann haben wir Parrot Dragon. Eine super Rare. Ja. Noch eine super Rare. Furgas Demon of Prophecy. Und die letzte Karte heute. Eine Marvel Rare wieder in Holo. Pure Heartstone of the Six Sages. Und die gefällt mir auch wieder richtig gut. Ja, bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.